Wohin gehen Mathelehrer, wenn ihnen kalt ist? In die Ecke, weil dort immer 90 Grad sind. Der war gut. Hä, warum lachen alle? Der war doch gar nicht witzig. Ey, lach auch lieber. Wir kriegen mal Zeugnisse. Warum lacht der denn nicht? Das wird noch ein Nachspiel haben, noch? Übrigens machen wir heute auch die Notenbesprechung und, äh, Sascha, kommst du mal bitte als erstes mit vor die Tür? Ich bin doch gar nicht als erster im Alphabet. Also ich sehe dich hier zwischen zwei Noten, zwischen einer zwei und einer sechs. Was? Warum denn eine sechs? Tja, Sascha, hättest mal besser, war mein Witz gelacht. Dafür kann man doch keine schlechtere Note geben. Das war ja auch wieder nur ein kleiner Scherz. Ja, äh, sehr witzig. Was?